Applaus Applaus Danke, danke Vielen Dank, vielen Dank Danke Ich möchte eigentlich eher anregen, dass jeder selber nachdenkt, dass jeder die Fragen prüft, dass er sich verschiedene Stimmen anhört und sagt, was hat die Person, was hat die Person. Das ist meine eigene Meinung. Das ist eigentlich das, was wir wieder, ich muss schon sagen, lernen müssen. Meine Momente sind so, wir sind in einem Zustand vom betreuten Denken.